So, nochmal Let's Battle hier bei DIRT SHOWDOWN, wieder mit Christian und dem Bob. DIMBOB! Haha, wie vorher so war, du bist. Ach komm, gib Gast, Junge. Ich musste gerade wieder meinen TS-Zauber lautstellen. Der Wichser hat wieder leise gestellt. So, ihr Noobs, ihr seid in einem Let's Play. Oh, ja, Sprache. Allerzeichen, Level 30, Level 32, wir sind Level 42, wir sind Level 42, wir ficken euch richtig. Habt nix können die. Cupra. Dafür. Domination auf drei Runden Kale. Na, das ist machbar. Atf, wuuh. Adjoni ist so ein Kind, Worte, die Anonymität des Internets voll ausnutzen. Ja, ich bin so anonym hier, mit meinem Account. Keiner kennt mich, und dich, und dich, und dich, und dich, und dich. Jetzt müsste man eigentlich, kennst du dieses Schild von Amerika, wenn dieser Typ mit dem Zylinder da zeigt? Ja, ja, natürlich. Das hätte man jetzt einblenden müssen. Und dich. Ach, die fahren gerade, oder was? Ja. Ah ja. Guck mal, den Bob's zu. Ja, komm. Schau mal weg, sind's zu. Ach so, das ist Domination. Können wir halt ein bisschen professionell kommentieren. Ja, auf wem guckt ihr zu? Dave. Ich bin noch am Laden, ich hab jetzt gerade das quasi drauf. Ich bin noch am Laden. Wie kann man denn Dave zugucken? Ah, ich guck auch Dave. Ich guck auch Dave zu. Boah, er ist der härteste Hund, Junge. Der sieht echt ziemlich nice aus. Der sieht echt ziemlich nice aus. Wie kann man denn durchschalten? Also, vor allem für den Formel 1-Sound. Mit X. Also, mit Viereck. Leute, was hat der Cupra für den Wagen? Weil das hat normalerweise vier Bremsen. Alter, der Cupra hat einen geilen Wagen. Nee, keine Ahnung. Soll ich dir mal Cupras Wagen haben? Ja, in der Tat, der hat sich gerade überschlagen. Gute Frage. Hat dem aber nicht viel gemacht, der ist so windschnittig. Na komm, dann machen wir mal für den Bram, gucken wir den mal jetzt. Ja, ich weiß, ich weiß gerade noch nicht. Was hast du? Dave, Dave, gucken wir, ne? Kommt, hier mal den. Oh, und er schneidet die Kurve windschnittig an und macht einen Sprung. Und jetzt wird er die Linkskurve. Also, wenn wir so gut sind wie die RTL-Moderatoren beim Formel 1, müssten wir jetzt über Fußball reden. Ja, Moment, Schumacher ist doch Erster. Ah, nee, Moment. Nee, das war Rosberg. Und schnellste Runde von Rosberg. Was dauert eigentlich zum Grillen bei dir? Und nach heute Abend spielt noch Klitschko, der boxt noch. Ja, das müsst ihr unbedingt gucken. Ach ja, und Fußball ist ja auch total cool. Ach, und wir gehen in die Werbung, machen Boxenstopp. Moment, fest, du bist green. Und jetzt so kein Ebel in die Boxengasse. Wenn ich dann noch diesen Christian Danner-Rande, dann kotze ich halt total ab, ne? Aber weißt, haben die auch wieder Bock geschossen. Ich kann nicht mehr... Gut, dass ich mir den Scheiß nicht mehr handelte. Boah, der muss frissen. Nein, er ist da dann voll gut. Oh, kurzer Ende, wäre gar nicht satt, dem bitte. Ja, aber in der Zone, die dem sowieso schon gehört. Ja, dem gehört nur eine Zone. Ja, das ist eigentlich Sky-Besitzer. Wieso sagen ich dir mal, wie schnell ein Kamer von dem Cupra ist? Das ist doch klar, dass er schneller ist. Guck mal, den Cupra doch mal kurz zu. Ist halt immer noch der Dave oder was? Wo, Genie? Nein, der Cupra. Das ist echt ein ziemlich geiler Wagen. Guck mal, Cupra zu oder halt? Boah. Dicken Jump gemacht, oder was? Jetzt mit Handbremsen in die Kurve. Das sieht ein bisschen aus wie das TP-Solid. Von, 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 von Tripmania. Das sieht echt aus wie Anseiter, Trackmania-Wagen. Na, falls du dich nicht wissen, dazu gibt es aber keine Videos. Da war noch vorletzt, der Zeit. Morgen von Brandenburg, da war ich ja genau, ich bin es im Ziel. Er ist im Ziel. Muss doch, wenn, nur warten wir einfach. Ich warte jetzt erst mal. Cool, gehen wir auch in so eine volle Chance. Aber vor langsam. Die Fick wäre richtig weg. Ja, das ist so, als wären wir mit dem HRC gewinnen würden bei Formel 1. Oder mit einem Mercedes. Ich bin schon mal in einem Bus über die Nordschleife gefahren. Ich glaube, ich habe gehört, in der Nordschleife kommen schon diese Heubüschel oder Dornenbüschel, wie in einem Western-Film rübergeflogen mittlerweile. Ja, egal, weil der Nordschleife jetzt dicht macht. Okay, go, go. Jetzt möchte ich hier unbeendet. Ja, wir wissen es. Den Zuschauer wollen nicht nur anderen zugucken, die wollen sehen, wie wir uns smachen. Also, gib Gas. Abstimmung in zwei. Was ist das? Rave off. Rave off. Rave off. Das ist ein Vote. Rave off. Im Wagen des Feindes. Rave off. Ratze off. Alles so, du. Rave off. Oh, wir müssen da. Na komm, dann nehmen wir schon den C da. Oh, das ist eine geile Lackierung. Oh. Ich würde sagen, da ist ein nicht nur Triple-A-Gegner angesagt. Quatsch, ey, im Titel. Mit neun kann man Autostop A haben. Alles klar. Ja, sicher. A, A, A. AC, DC muss man daraus bilden. Claim, Digger sagst du. Claim, Digger. Ja, wenn sich jetzt Leute fragen, einfach mal auf Facebook gucken. Da gab es so ein geiles Glücksrad-Fail-Video. Ja, unter der J. Das gibt es halt gar nicht. Du hast das nicht gepostet, glaube ich, oder? Ne, hatte ich nicht. Aber unter der J. gibt es trotzdem viele geile Sachen. Aber nicht den Scheiß. Den kranken Scheiß gibt es bei Bram. Ja, geilen Scheiß. Echt, scheiße, du zeigst immer Fotos davon, wenn du in die Schüssel geschissen hast. Ja, das zeig ich auch. Das ist der geile Scheiß. Hammer eklig. Ich zeig auch Nacktfotos von dir. Von mir? Die will ja keiner sehen, deswegen gehen die auf meine Seite. Kriegt die Bilder von mir angezogen. Ah, ich habe auch noch welche von Hadi. Und ich von Hadi. Da kommen sie alle drauf. Aber wir hatten auch dieselbe Farbe. Nein, Leute, wir haben irgendwie alle grünen. Ich bin auch grün. Alle grünen, alles da. Er ist ja vorne von uns. Ich bin vorne links, der. Okay, ich bin hinten. Und der Wirtschaft verschlacht. Ich verkehren, was zu drücken, Leute. Ich bin direkt. Boah, war das von Leck. What the fuck? Ich bin mein erster. Und ich bin den nach links abgehauen, alle. Ich bin instant von einem weggebumst worden. Ey, bin zweiter. Wir sind auch nicht, warum du zweiter? What the fuck? Oh, ich muss erst mal ran. Du. Du. Wir sind die ersten, zweiten und dritten. Fick dich, du Nutter. Kein Fall. Nächster für 20 Streiten, vollstiftet, lol. Alter, ich krieg voll auf den Sack. So, Dave, du Nutter. Ob es hier so was wie Windschatten gibt? Bäh, sigh, nice. Ach, Dave. Boah, ich bin sicher. Boah, ich bin verdammt für eine Aktion. ja ich steh den Weg Alter und wie viel langsamer man ist wenn man dritter ist oder erster als letzter oh ja oh oh das finde ich ja gut das ist so ein kleiner Luftschutz ja das macht die Rennen einfach deutlich interessanter wo ich bin ja 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 mehr Glück als alles andere oh Gott jetzt hier kurz und nochmal Nitro Alter wer das soll ich hab dich getötet haha du bist gestorben im Alltag der Prümer im Spiel ich bin aber wieder da war ja ich weiß ich bin auch fast tot ich krieg dich mit der Wahrheit der Wahrheit der Wahrheit der Mann wenn man stirbt ich hab keine Ahnung ob man ein wenigstenschein erfolgen wird sein ich bin also ich will richtig verfolgt hat von einem ich bin als erprägt wird ziemlich weit vorne also ziemlich schnell mein ja nein du Hurenkind du mieses Hurenkind deine Mutter hat nen dicken Schwanz äh ich bin grad an dem stehenden grünen Auto vorbeigefahren ich glaub ich weiß wer es jetzt gehört ja oh da ist Christian nein nimm lieber den vor mir Jay nimm den vor mir hau ab da nimm den lol ich bin fucking ja hau so Jay erstmal in die Wand gebumst äh alter ich bin über das ich bin über die Leiter über die die Rampe geflogen und hab den nicht gesehen und fall voll gegen ihn weil ich nicht mehr ausweichen konnte so na Christian Schlucki hau ab du hast du was nachgegangen du nimmst nein du Hickgesicht boah du bist so ein Bobram hau 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 hast du mir nochmal beim Sieg kommen im dritten Platz jetzt das ist super du Affe ey hau super hau 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 ganz ehrlich wenn du ein Spiel haben willst wo man sich nicht berühren kann musst du Check Mania spielen ja ne dann muss ich Formel 1 spielen aber da war der ja zu oh da darf man sich nicht gegenseitig rammen nein da war das halt so dass wenn du gerammt bist das halt nicht mehr aufholen kannst du mir hier ich muss sagen dass das dass ich Fifa mal ja ich konnte ja total aufholen gerade ja jetzt beim letzten Rammen nicht wär das halt ein bisschen pech ich bin ich bin ich bin er hätte davon dass ich mal dass wir von der Impact Engine hier war abguckt von gar nix ja aber vorher nicht Koppelteile den Nils nicht gehen schon wieder auf wenn er will ein Fall ist ein Fütter für der Bein ab hat das Recht auf ein bisschen witzig er mich immer noch wenn man das ist aber gerade gemacht haben aus so das ist ja ziemlich okay ich weiß doch nicht dass du noch was zu machen mit Race of Kanker alter Dave hast du für Lappenrechner das kommt hier aus dem Spiel raus Race of im Auto des Feindes was hattest du so was hast du gesagt ja ja im Wagen des Feindes Wagen auch gar richtig viel Geld gebracht er ja 250 oder so über 1000 8 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 Ich glaube ich stecke die nicht nicht schon wieder getfried Ja dann doch Lalei kann ich nochmal zurück gehen? Kann ich sogar wirklich Hast du den geilen Robson nehmen? Na sicher Das muss man Simpsons machen Dank Voda Den Hooker Ich hab schon Eine DB Karte die hatte ich doch eben auch schon ja, hat er nichts gemacht doch, ich hab gewonnen ja, ja, ja to swerve and deflect ich finde die Kamera sollte sich im Landwischen automatisch um das Auto drehen oh, jetzt kannst du auch die Kamera mit dem rechten Stick bewegen Hammer ey, bin ich erster? ja, auf jeden Fall vielleicht startest du ja als erster dann kriegst du vielleicht mal guten Starten, startest du tatsächlich als erster naja, dann kriegst du alle jetzt in Arsch oh, nein muss er vorgedrückt lassen, Jay, was kann man denn da verpassen? ja, sicher, mach mal, ja, sieh, da sind sie alle abgeraucht, hab mit deinem Wix-Bus alter, der mit dem Bus hat mir die Hälfte an den Weg gemacht alter, ich hab grad einen der hat mich vollgekreuzt, hab ich vollgekreuzt jawohl alter, ey, der mit dem dicken Bus, der macht so viel Damage alter, ich bin so voll tot der Dave ist voll der Thriller, der macht nix anderes außer mich ficken boah, alter, den Snack jetzt von der Map runter ey, den Wichser du HURKIND BAHN LUMBER, FICK DICH NYEAH du FICKGESICHTE jetzt bin ich tot alter, ich bin so voll der Thriller am Sack also irgendwie war da nicht so viel Action, als wir da nur zu dritt gespielt haben eben ich bin so richtig am Sack ja, was meinst du, was da dann an Action noch ist, wenn wir da dann weggekleiden mit allen von uns Leute, ich hab mich grad überschlagen alter, der Bus, ich will auch so'n FICK-Bus haben ich will auch so'n OMA-Bus okay, jetzt hab ich mich gedrückt also, ich bin jetzt über das zweite Mal im Arsch ich hab mir erstplatziert und voll weggebummst ja, mach mal nice Hammergeil, ich hab dir grad den, äh, den Bus getötet Alter, Alter, war das knapp Klasse überholt Alter, diese Kreuzattacken sind doch so scheiße der Bram wird einfach mal gefangen, ne oh ja kann der nicht mehr alleine fahren Boah, Alter, du FICKGESICHTE aber wie stimmt Bram nicht? aber wie stimmt Bram nicht? aber wie stimmt Bram nicht? oh fuck oh fuck na so jetzt Z podianitro und dann FICKG dein Ei NO HEA NO LASTE DER BRAM WIEDER Das ist ja das Erste Das ist ja das Erste Ich bin die Erste, Boah, im diesen bisschen Erster seit das war das Erste, wo es denn mit dem Typ, was sie denn von mir war den hab ich weggebummst, ein paar Waren Nahrung ist er nicht jetzt gewusst, er will ich tot oh, ja DITO der Bus hat mich erwischt und ich hab den Bus erwischt in den Jürgen nicht reingerammt, du Nutze, ey. Fuck. Boah, guck mal, wer da vorne ist, Junge. Nicht mich, oder? Guck mal, da hat Dr. J, Junge, wie er da, wie er da guckt, ey. Pass mal, du ruckern. In Ruhe. Nein, boah, ich hab dich russiert. Oh, Mann, du russierst. Oh, jetzt bin ich zweiter. Jetzt ist Dave wieder erster, super. Oh. Und jetzt kommt die letzte Runde. Lol. Nein, Christian hat mich gedreht. Oh Gott, ganz gefährlich. Boah, der mit seinem Wixbus, wa? Der Bram ist wieder weg. Der mit seinem homophoben Wixbus. Boah, das war knapp, J. Scheiße. Scheiße. Boah, das war auch knapp. Der Bram ist da hinter mir. Und das ist der Sieg. Der nächste ist im Fall. Nein, nein, ich bin auf ihn. Scheiße. Dritter. Ich hab's gefailed. 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 Er ist im Ziel. Vierter. Vierter sogar noch. Hab ich den Jay noch überholt. Alter, ich hab's so gefailed. Ja, die Wand geklutscht hat, ey. So gehört sich das. Ja, weil du mich abgeschossen hast, wenn ich nicht Erster werde, Jay. Das hast du auch verdient. Was? Finde ich gut. Eins geht noch, sagt er. Ja, ein Komma noch. Ah, komm, eine längere Folge. 15 Minuten sind's ja schon immer. Aber egal. Für euch. Weil wir euch lieb haben. Und weil das Spiel gerade Spaß macht. Was? Ich hab eine neue Chip-Nachricht. Ficker. 8-Wall-is-War, hat er geschrieben. Juhu. Mal geil den Wagen drehen. Mal gucken, wie es goldet denn diesmal gibt. 300.000. Das sind sogar Dollarzeile. Ne, 3750. 3500. Na ja. Ne, 3750 haben wir ja auch. Cool. Oh, oh, geil. Ah ne, 3750. Auf jeden Fall. Knockout wurde voll hier drauf. 3750 ist mein neuer Kontostand gewesen. Ich hab nur 250 gekriegt. Ah ja, stimmt. Hab ich in den 3.000 bekommen, obwohl ich hinter Bram war. Ich glaub, für meine häufigen Crashes. Ah. Oh, ich meine Homework-Karre. Da rüsste ich mir nochmal stärker einmal auf. Na hab ich auch schon voll. Ne, ich nicht. Da, als ficken wir die Schnitzel weg. Ah, der mit dem Bus muss zuerst dran glauben, der Vroom. Ja, stimmt. Der hat irgendwie diesen fetten Bus. Oh ja. Der hat eben Mega-Damage gemacht. Der hat mich einmal in die Bande gerammt. Da hatte ich nur die Hälfte. Da weiß der, was jetzt, äh. Aber wir stehen wahrscheinlich in so einem, äh, Kreis jetzt gegenüber. Also der, der gegenüber ist. Wobei, ich bleib wahrscheinlich erstmal stehen. Mal gucken. Dann heilt sich in den Pulp rein. Ich drück einfach zum Beispiel hinten runter. Haha, genau. Erst mal hinten runterfallen. Ah, erster. So gehört sich das. Ah, wusste ich doch. Alle stehen im Kreis. Alter, der LKW da vorne macht mich nervös. Der links neben Johnny steht. Alter, what the fuck was da mit der LV-O ist. Guck du rechts von mir, Bram? Ne. Ich bin genau der, der vorne steht. Wer hier, der am Platzwirsch sein will, muss sein Revier verteidigen. Mal sehen, wer es drauf hat. Lo, ich hab aber 1.500 Punkte gemacht mit nem Rempler brutal. Boah. Tschüss, Christian. Nice. Da hat Jay mich abgeschossen. Boah, ich bin auch was angezogen. Lo, hier oben ist keiner mehr drauf. Lo, hier oben ist gar keiner mehr drauf. Lo, hier oben ist gar keiner mehr drauf. Der Bus ist neben mir. Boah. 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 Stoßstange auf Stoßstange. Weg da, Bram. Erstmal hier weg da. So, ich bin auch runter. Ja, ich bin auch runter. Ich bin auch runter. Ein Schlag, ey. Ich hab keinen Schaden. Triffer leicht. Terminal trifft auch. Juhu. Hey, da ist er wieder. Scheiße. Boah, das war knapp. Boah. Ist das ein Vogel oder ein Flugzeug? Das ist ein Neu. So soll ich den Neues hoffen und ... Ah. Ab. Arsch. Boah. Alter. Nein. Den hab ich den genockertet. Den sogar keinen berührt. Kipp den ist genockertet. Oh ja. Ja. Hast du Wichser. Hä? Wie denn? Ich hab mich nicht gerührt. Voll unlobisch. Boah. Also eben jemand schiebt mich hier weg. Richtig dick raus. Oh, finde ich doch. Ich kann nur so einen Treffer wegstecken. Na oben, sagste? Ich bin zweiter. Ich bin tot. Dave, Dave könnte abschießen. Alter. Ich muss da weg. Wuuu. Und tschüss. Der zieht wieder in den Kampf. Christian ist draußen. Oh, toll. Oh, toll. Durch den Rempel hab ich runtergekommen. Terminaler Treffer. Alter, ich seh mir egal. Mir blinkt die ganze Nummer auf. Treffer, Treffer, Treffer. Wahnsinns ein Schlag. Alter. Bram getroffen. Und der Krach ihm in die Seite. Oh, ich hab jetzt nicht mehr lieb viel Leben. Ne. Ne. Leut. Nein. Neu, wie hab ich den Lockout nicht gefühlt. Nein, der schiebt mich unter der Wixer. Ich bin einfach unter Gefahr nicht verliebt. Das ist das Reiz der Chaos. Mehr als die Hälfte der Autos sind raus. Na toll, jetzt wo ich gleich sterbe, gibt's so viele Punkte. Und zwar jetzt. Na, schleifen sich zwei die Damen und Herren. Ah, Frau Punkte, Mann. Scheiße. Ich hab wieder den Lockout nicht gekriegt. Obwohl der da auch noch gefallen ist. BAM! Hau. Oh. Oh. Oh ja, Leute. Wer ist auf dem Überseilchen? Welche geile Sau. Ich war da nicht. Oh, wir sind gerade noch mal die Punkte richtig gut durchgemischt worden. Probier doch mal den Fisch. Welche geile Sau ist es weiter. Yeah, yeah, yeah. Tja, das war wohl leider nix. Das war ein Satz mit Fisch. Das war richtig gut. Das war richtig pro. Das gab nicht schon Punkte. Gucken wir mal. 2750 hatte ich vorher. Es war 250. Es war 250 gehabt, ja. Und ein paar Fans dazu. Alles klar, nochmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Hau rein. Tschüss. Ciao.